Rico Anton ist seit 1. August 2022 Landrat des Erzgebirgskreises. Jetzt war der CDU-Politiker bei ErzTV für ein Gespräch im Studio. In einer rundenhalben Stunde befragt ihn Sven Schimmel über den Erzgebirgskreis, die Visionen des Rico Anton für die Region und über die aktuelle Situation, zum Beispiel in der Wirtschaft, bei Baumaßnahmen des Landkreises oder dem FC Erzgebirge Aue. Zu sehen ist das Treffen mit Landrat Rico Anton ab Freitagabend bei ErzTV und am Wochenende auch bei Sachsen 1.